Ich reite jetzt vier, viereinhalb Jahre, also mit elf habe ich angefangen und ich mochte irgendwie schon immer Pferde. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, warum. Also mittlerweile natürlich sehe ich den Pferd halt als Sportpartner bei mir auch. Ich mache es ja, Turnierreiten auch. Aber auch das Pferd an sich ist einfach ein tolles Tier. Das vertraut einem, also wenn man natürlich richtig damit umgeht. Und genau, es gibt halt gegenseitigen Respekt und Pferde sind einfach ehrgeizige Tiere, deswegen kann man super mit denen arbeiten. Es macht einfach total Spaß auch mit Pferden.